Oh Gott. Mir ist das echt zu undingst, weil das einfach nur Gerüst ist. Nö. Warum auch? Oh Gott. Boris, da hebst du quasi ab. Ja, ja. Ich mein ja nur. Ich finde es echt komisch, das Ding. Also so wie ich das Ding sehe, einfach nicht lieber. Ja, ja. Ich hab mir auch gedacht. Oh mein Gott. Achtung festhalten, du fliegst raus. Oh. Was sag ich denn? Ich sag ja, du fliegst raus. Du bist abgebremst. Achtung. Achtung. Ach, mach mal. Ich sag ja, du bist abgebremst. Jetzt musst du gleich nochmal abgebremst. Achtung. Kannst du das auch machen? Nee. Okay.